So, mein Name ist Steffen Becher, ich bin 38 Jahre jung, komme aus dem Nürnberger Land und war am vergangenen Samstag beim Testshooting in Nürnberg. Es war sehr angenehm, mir hat es sehr gut gefallen und ich möchte mich nochmal für alles bedanken und freue mich jetzt auf die zukünftige Zusammenarbeit.